In der heutigen News-Folge geht es um Budget-Obergrenze und technische Regeln genehmigt. Lawrence Stroll investiert 200 Millionen Pfund in das Aston Martin-Formel-1-Team. Hallo Formel-1-Fans und willkommen zu den News. Die Teams haben sich am Freitag in einer Online-Abstimmung für die geplante Budget-Obergrenze geeinigt. Ab 2021 darf jeder Rennsteil nur noch maximal 145 Millionen Dollar, was umgerechnet 133 Millionen Euro sind, ausgeben. Aber darin enthalten sind nicht die Fahrergehälter, die Marketingkosten der Teams sowie die Löhne der drei bestbezahltesten Angestellten. Die Budget-Obergrenze wird dann Jahr für Jahr weiter gesenkt. 2022 fällt sie um weitere 5 Millionen Dollar auf 140 Millionen Dollar und 2023 nochmal um weitere 5 Millionen Dollar auf 135 Millionen Dollar. Dieser Betrag soll bis 2025 gelten. Die FIA muss das nur noch offiziell bestätigen, was in den nächsten Tagen ebenfalls für Online-Abstimmungen passieren könnte, weil erst Mitte Juni die nächste Sitzung der FIA vorgesehen ist. Im vergangenen Herbst wurde die Budget-Obergrenze mit 175 Millionen Dollar eingeführt, doch die Top-Teams werten sich gegen eine weitere Absenkung. Die Arbeitsstunden im Windkanal und an CFD-Simulationen werden in Zukunft gekürzt. Der Weltmeister der Saison 2021 darf ein Jahr später nur noch 90 Prozent dieser Stunden investieren. Jedes in der Konstrukteurs-WM nachfolgende Team darf 2,5 Prozent mehr Zeit dort verbringen, was bedeutet, dass das Schlusslicht insgesamt 112,5 Prozent mehr Zeit darin verbringen darf. Im Windkanal ist es identisch. Das Weltmeister-Team darf nur noch 70 Prozent der Zeit dort verbringen. Jedes weitere Team in der Konstrukteurs-WM darf dann 5 Prozent mehr arbeiten, was bedeutet, dass das Schlusslicht 115 Prozent der Zeit im Windkanal verbringen darf. Die Budget-Obergrenze von 145 Millionen Dollar gilt 2021 nur bei 21 Rennen und sollte es zu einem Rennen mehr oder weniger kommen, wird die Budget-Obergrenze um eine Million Dollar erhöht bzw. verringert. Die neuen technischen Regeln kommen erst 2022 und nicht 2021, darauf haben sich die Teams nochmal geeinigt und dass die Weiterentwicklung der Antriebe für 2020 und 2021 durch eine Prüfstand-Stundenlimitierung und die Anzahl der Upgrades pro Saison beschränkt wird, was auch die Kosten senken soll. Laurence Stroll hat einen Weg für Aston Martin ausgearbeitet, um in den nächsten fünf Jahren 200 Millionen Pfund, was umgerechnet 223 Millionen Euro sind, in das Formel-1-Team zu investieren. Das berichtet die Zeitung The Mail. Ende Januar übernahm Stroll mit seinem Konsortium die Kontrolle über Aston Martin für fast 200 Millionen Pfund. Das Vorjahr bedeutete 116 Millionen Euro Verlust für die britische Firma und die Verluste für das erste Quartal für 2020 belaufen sich auf 133 Millionen Euro. Kommen wir zu Mikes Meinung. Mit der Budget-Obergrenze und den neuen technischen Regeln bin ich sehr zufrieden. Besonders die Beschränkung der Windkanal-Benutzung und der CFD-Simulation klingt echt gut. Dadurch haben die Hinterbänkler-Teams mehr Chancen und die Top-Teams werden nicht mehr so im Vorteil sein. Und nun zum Community-Kommentar. Der kommt heute von Markus Leutgepp. Er fragt, danke für deine informativen Videos. Glaubst du an ein Comeback von Jerez? Zuerst einmal, gern geschehen. Zu deiner Frage, daran glaube ich, weil Barcelona finanziell gesehen nicht mehr in der Lage ist, einen Grand Prix zu veranstalten. Von daher kann ich mir vorstellen, dass Jerez irgendwann in der Zukunft einen Grand Prix veranstalten könnte. Vielleicht ja schon 2021. Ich habe ja schon zwei Videos dazu erstellt, die ich euch mal unten in der Videobeschreibung verlinkt habe. Das soll es mit den News gewesen sein. Falls euch das Video gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen nach oben und abonniert diesen Kanal, damit ihr in Zukunft kein Video mehr von mir verpasst. Und denkt daran, liken und abonnieren bringt euch auf den neuesten Stand. Bis zum nächsten Video. Ciao.